Willkommen Leute und willkommen zurück 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 bei Battlefield Bad Company 2 ja und da sind wir schon oh hängt grad ein bisschen oh oh du hast niedrige FPS um ja es liegt um durch das nicht oder anscheinend habe ich nicht richtig zu wird das ist ein Messer nein habe nicht dumm ich habe die falsche taste ja ich habe bisher zu viel Mono vertreibt gilt zockt und das Messer auf eh und eben an habe ich hier nicht geschafft Leute ich blick das hier nicht Mann ich verstehe es nicht hat gar nicht hin oder was ja genau ich treffe erstmal nicht ja ich glaube der ganze Part wird so lang dauern ja dass ich die ganze Zeit versuche ja irgendwie die Mission zu machen ich verstehe es nicht ja mach es leise ich bin doch leise Mann Leute okay also so geht schon mal nicht boah ich verstehe es nicht ich habe auch noch nie einzig also zehn Jahre gemacht alles Display ich weiß es nicht mehr mach es leise mach es leise es war doch leise Mann die meine Fresse komm schon so so ja genau ja genau Leute ich verstehe es nicht Mann meine Fresse irgendwie muss das doch gehen irgendwie ich hoffe das jetzt ja 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 blablabla blablabla ja gesichert blablabla ich komme nicht weiter ich glaube ich glaube wir bleiben noch ein bisschen hier ist doch grad so schön ja ich bin doch ja ich bin doch gefehl gehe in die Scharfschützenstellung muss ich denn snipen oder was aber es steht euch so ein messer benutzen Ja, ich versuch's jetzt noch mal. Mann. Wie könnte man das jetzt machen? Hm. Ich weiß es nicht. Hm. Gehe in die Scharfschütze, Stille. Hab ich's geschafft? Ja, sauber! Keine Ahnung, aber ich hab eine Idee, wie das rausfällt. Er macht hier nix mehr, Leute. Ah. Hallo. Wir gehen ran. Wachen per Fernschuss ausscheiden. Schieß immer dann, wenn's donnert. Warum ist mir das eigentlich nicht eingefallen? Okay. Wir sind unterlands. Okay. Schon. Mysteriös. Oh, Sniper. Der Typ auf dem Pier. Warte auf den Donner. Dann schalte ihn aus. Ich weiß. War auch meiner. Ich hab's nicht mehr Angst. Zwei Ziele auf dem entfernten Pier. Entfernung 7, 2. Wind 5, Knobel. Warte auf den Donner. Wo? Ach so, wir haben gefehlt. Toll. Also ist das so ne Mission, wo man echt unauffällig sagt, boah. Hab ich ja gar keinen Bock drauf. Ich warte. Ich warte. Nein. Komm, leck mich. Es ist die Mission unsichtbar. Warte auf den Donner. Dann schalte ihn aus. Ja, ja. Headshot. Ja, es war aber nicht. Entfernung 7, 2. Wind 5, Knobel. Warte auf den Donner. Das war der Blitz. Das war der Blitz. Ja, ich hab nicht gesehen. Mindestens. Mich sehen sie immer und die anderen nicht, oder was? Man. Mich sehen sie immer und die anderen nicht, oder was? Ja, und ich warte. Nein. Ja, genau. Die wollen mich doch verarschen. Dann schalte ihn aus. Ja, ja. Gut, Herr Schuss. Alle Einheiten aufhören. Verstanden. Ich wette mich sehen, sie jetzt wieder. Ja, war doch klar. Ach, Mann. Na, dann schalte ihn aus. Ich bleibe jetzt beim nächsten Mal einfach hier oben. Super Schuss. Danke, bro. 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 Zwei Ziele auf den entfernten Empir. Entfernung 7, 2. Ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock auf ein Modern Warfare 3 Let's Play habt. Und wenn... Ja, ein Together oder ein Single Player. Ich glaube, Together wäre gerne. Gut, Herr Schuss. Alle Einheiten aufhören. Verstanden. Da. Ziel auf 12 Uhr. Warte auf den Donner. Gut. Noch zwei in der Nähe der Offiziere. Warte auf reihe Sicht. Komm schon. Was schießt ihr denn nicht? Hallo? Meine Maus will nicht mehr, glaube ich. Achso, sind das meine Leute? Nein, Mann. Hiermit beende ich den Part. Auch wenn er jetzt einmal ein bisschen kühlter ist. Ich hab. Ja, ich hab jetzt gerade nicht so viel Zeit, weil ich jetzt gleich weg muss. Leider. Ich würde gerne noch weiterzocken und... Mit diesem Schuss... Mach ich dann das Ende. Bis zum nächsten Mal.